wo soll ich das mit mir dahin wow ich müsste das seitlich machen darf ich jetzt bitte jetzt press diesen saft aus komm schon ist das so schwer wieso muss ich mich mit bewegen dafür muss ich gar nicht auch wow ich habe nur eben blöd gehalten gehabt wir haben den trank ich habe Angst was ist das ich kann dir schnell helfen ja ja okay warum sollte ich ich weiß nicht wie das tun sollte bist du sicher dass das dich nicht umbringt ich hoffe ich bin froh dass wir das nicht sehen ich bin den kopf jetzt kannst du nicht mal mit uns reden oder nö kannst du nicht ich hau jetzt ab man wie er guckt die nonne euch an die sollen wir nicht über den toten lustig machen über den abgetrennten kopf soll die mir nicht lustig machen hör auf damit ich geh ja schon oh ich habe Angst wie das enden wird wenn Alexander nicht gewesen wäre wäre er jetzt noch unschuldig und würde genauso unschuldig sterben ja aber niemand der mit Alexander zu tun hat ist unschuldig außer seine Opfer und wir haben da schon teilweise verdient was hier passiert so wie wir andere geopfert haben nur um uns selbst zu helfen wir müssen nur auf den aufpassen da geht der Radwerk also laufen wir durch überall diese Fleischklumpen lauf zum Tor wir müssen mit Agrippa das Tor wir müssen die Kugel zusammensetzen vor das ist wichtig also Agrippa ne erstmal die Kugel Agrippa dann das Tor ich mache die Tür zu Alexander ist nicht hier der weiß nicht was wir machen ich meine der weiß hundertprozentig was wir machen aber er weiß nicht was wir machen soll ich mal ein bisschen Teer benutzen zwischendrin ich weiß es nicht okay das sieht seltsam aus ich habe zu viel einfach mal das was wir hier gerade tun war wohl richtig das zu benutzen und wir haben die Kugel wir haben sie sollen wir wirklich da durchgehen ich meine Geronimo aua wir können doch nicht da durchgehen das ist ein Fehler hä ich dachte wir sollen da durchgehen Moment was steht vor Mementos der Durchgang zum Altar ist auf geheimnisvolle Weise versperrt ich weiß schon was jetzt kommt wir müssen bestimmt das Ding hat bestimmt den Maschinenraum aufgemacht hinten da wo wir nicht reinkamen vorher hundertprozentig das ist so offensichtlich dass das passiert ist wo ist das Monster ist die Frage hä der ganze Gang ist ja kaputt das habe ich gar nicht gesehen hat das ja eben auch schon gepocht wie pass meinen Kopf nicht an meine Kopfhaut darfst du nicht haben jetzt habe ich irgendwo von diesem verdammten Kopfhaut Lied du kannst gehen aber deine Kopfhaut bleibt hier ähm ein Briefen Neuer ein Briefen Neuer ein Briefen Neuer Ja, ich sag's auch die ganze Zeit, du bist nicht besser als Alexander. Ein kleines bisschen vielleicht, aber wirklich viel besser bist du nicht. Und aha, die Tür ist offen, ich wusste es. Da ist nämlich irgendwas, was wir machen müssen mit diesem komischen Pet. Und es ist echt laut hier drin. Ich weiß noch nicht, was wir hier machen müssen. Da ist ein Hammer. Können wir draufhauen? Was ist denn gerade das Problem hier drin? Hier ist eine seltsam aussehende Pfütze. Moment, stimmt, wir haben dieses Eisending noch. Vielleicht können wir da ja reinstechen oder so. Können wir da reinstechen? Können wir das irgendwo reinstechen? Er hat geblinkt, also... Was genau sollen wir hier tun? Wieso haben wir den Meißel eigentlich so lange noch? Das ist schon ewig her, wo wir den benutzen konnten. Irgendwas müssen wir hier machen. Ja. 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 Das ist nicht groß genug. Also wir sollen die wirklich blockieren. Wo auch irgendwas Großes, was das blockieren könnte. Das ist wahrscheinlich hier... Das ist so ein Sicherheitsmechanismus. Ich meine, das da vorne wäre groß genug, aber das können wir nicht aufheben, ne? Nein. Ist oben was in dem Raum? Irgendwas von den Dingern hier kann doch bestimmt... Das Monster kommt nicht wieder, ne? Ich glaube nicht. Irgendwas von den Dingern hier muss doch uns blockieren können. Ein Stein vielleicht? Aha, wir können einen Stein mitnehmen. Das könnte klappen. Auch wenn es nur temporär wäre. Au, das tat weh. Es hat funktioniert. Wieso ist die Musik gerade so am eskalieren? Wir haben es geschafft. Wir können zum... Oh, ich höre ein Monster. Oh, der kommt her. Okay, wir können noch nicht direkt hinlaufen. Wir müssen uns erstmal verstecken. Er kommt, glaube ich, nicht hier runter. Denke ich nicht. Ich glaube, er geht einfach nur in den Raum rein und dann geht er wieder. Hoffe ich mal. Ansonsten können wir uns hier verstecken. Hier gibt es ja genug Ecken. Ist er weg? Scheint's so? Oh ja, er geht gerade wieder. Wir dürfen nicht zu lange gucken. Ich weiß nicht, ob wir uns sehen können, wenn wir zu lange gucken. Ich weiß, dass wir wahnsinnig werden, wenn wir uns zu lange ansehen. Nur mit er und den, da bin ich mir unsicher. Ja, gucke nicht zu lange an, Daniel. Geht er jetzt zu dem... Ja, du eilst den kaputt, die Brücke. Kannst auf, wenn verschwommen zu werden, nur weil ich ihn angucke. Ich weiß nicht, worauf wir warten müssen, wo der hingeht. Hä, ist er weg? Nee, er ist noch da. Hat nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie sein Gang ist. Aber ich glaube, dass wenn er wiederkommt, geht er wahrscheinlich hier wieder hin. Weil vorher war sein Weg von hier bis da drüben. Und seitdem das da kaputt ist, würde er da, glaube ich, nicht mehr hingehen. Das wäre ganz gut, wenn wir uns hier verstecken, glaube ich. Das ist bekannt, weil hier kommen wir nicht weg, wenn er uns holt. Und wir haben nichts mehr zum Heilen. Wenn ich hier also falsch liege. Aber ich könnte auch ganz nach vorne gehen und hoffen, wenn der kommt, dass dann... ...er nicht ganz nach vorne geht. Weil ganz nach vorne geht er, glaube ich, auf gar keinen Fall. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er da drin bleibt oder verschwindet, wenn er... Frechheit. Oder verschwindet, wenn er weit genug weg ist. Aber bisher sind die immer verschwunden. Also kann es durchaus sein, dass der einfach verschwindet. Das ist gerade riskant, was ich mache. Ich weiß. Aber er ist nicht mehr hier. Der ist also wirklich einfach verschwunden. Die Kugel ist aber auch nicht mehr hier. Ah, was? Ich weiß nicht, was das für Geräusch ist. Was soll das? Inneres Heiligtum. Sie schrie und trat um sich, als er sie am Arm zog. Ihr geblümtes Sonntagskleid wurde zerrissen und sie fiel in den Matsch. Ich glaube, das wird das Ende werden. Kann das sein? Kommt jetzt ein Bosskampf mit Alexander? Oder reden wir einfach in der... Oh mein Gott. Erschreckt mich doch nicht immer so. Oh, es ist jetzt schon wieder das Monster, was kommt. Ich weiß nicht, was ich da für einen Hebel aufgemacht habe. Ah, hier, der Hebel. Das war wahrscheinlich richtig, hoffe ich. War das richtig? Was habe ich da gemacht? Ich habe Blut geopfert. Was mache ich? Stehe ich richtig? Ich weiß nicht, ich habe Blut geopfert und mich auf den Kreis gestellt. War das korrekt? Ich meine, der hat aufgehört, Bamm zu machen. Ach, ich habe die Tür damit geschlossen. Oh. Ich wusste nicht, dass ich das damit mache. Ich habe einfach nur versucht abzuhauen, verzweifelt. Ah, dann scheint gut funktioniert. Verzweiflung und Angst. Haben wir das erleben schon gesehen. Hier wahrscheinlich gleich dasselbe. Oh. Wenn nur die Schäden mich in London oder Algerien entdeckte, dann hätte ich diese Hümmelde. Du hast mich ein Mörder gemacht. Ein Monster gemacht! Und jetzt... Ich bin nur auf meine Todesendung. Ich bin zu schwer, um zu aufzuhören. Ich kann gar nicht stehen, als meine Frau mich verletzt. Ich kann nicht sehen, als meine Augen sind in Tears verletzten. Ich bin so broken, als die Leute, die ich gestorben habe. Ich finde, Daniel hat einen ganz schönen Opferkomplex, wenn ich ehrlich bin. Denn niemand macht ein Monster aus dir. Du hast selbst ein Monster aus dir gemacht. Du hast oft schon gesagt, du wirst alles dafür tun, dass du geheilt werden kannst. Und hast dafür selbst Kinder geopfert. Also, oh, nicht wieder umkippen. Also, Daniel hat eindeutig aus sich selbst ein Monster gemacht. Alles okay? Kannst du dich beruhigen? Danke. Ich frage mich immer noch, wie das aussieht von außen, wenn wir auf einmal so seitwärts umkippen. Plötzlich ist hier erstens alles voll mit dem Matschkram. Und aua. Okay, Mann. Ich gehe ja schon. Äh, und... Das muss ja witzig aussehen, wenn plötzlich jemand so seitwärts umkippt. Aber er kippt nicht wirklich um mehr. Er hockt irgendwie immer noch dabei, aber ist komplett Seite gedreht. So. Das ist unser Ende, oder? Unser... Ich will hier nicht rein. Die Kugelkammer. Ja, das ist unser letzter Chapter. Unser letztes Chapter. Unsere letzte Tat in diesem Spiel. Er wurde böse. Es war einfach, ihre Unverschämtheit zu nutzen, um sie in diese Geschichte als die Böse darzustellen. Aber sie verdiente nicht zu sterben. Selbst er konnte das sehen. Vielleicht Daniel. Wow. Ho. I was wondering if you were going to show up. Oh, is there this? I see Zorilla convinced you to run some errands. Tell me, is everything nice and clear now? Am I the villain? Good and evil. Such comforting concepts. But hardly applicable. Are you so blind that you see no Gauhti in me, or evil in Acrakha? Doch, ich glaube auch, Agrippa hat Böses in sich. Und du hast recht. Ich meine, du fliegst da nackt durch die Gegend und hast das Monster erschaffen. Das sagt schon sehr viel Böses über dich. Ich bin mir gar nicht so hingestellt, damit ich das nicht... Ah, dich nicht sehen muss. Der Mast ist instabil, er wird dich umkippen. Wir müssen ihn aufhalten, ne? Können wir noch mit ihm sprechen? Dann nicht! Unfreundlich. Aber wir müssen noch irgendwas machen. Agrippas Kopf! Das Putter hat er sich noch nicht geöffnet. Stimmt, wir sollen ja da reingehen. Hä? Was sollen wir machen? Keine Momente ist vorhanden. Hä? Was sollen wir denn tun? Wir haben doch ein Eisenrohr. Können wir das auf ihn werfen? Kannst du nicht auf ihn werfen. Was genau soll ich hier tun? Muss ich einfach warten, dass das Portal sich öffnet? Ich verstehe nicht. Ich kann noch nicht mehr gehen. Wäre witziger, was zu gehen, wenn er hat so seine epische Rede schon gehalten. Und ich sage einfach, okay, tschüss, ich gehe dann mal. Ah, ich kann drücken. Ich drücke. Ah, jetzt verstehe ich, was ich machen soll. Oh mein Gott. Schmerz, Schmerz. Hehehe, du kannst mich nicht aufhalten. Hehehe. Ich werde alle töten. Auch Agrippa. Hör auf zu labern. Ich weiß, was das soll. Das ist eine Taktik, um mich zu manipulieren. Das ist gut so. Genau das muss sein. Wir beide werden jetzt sterben. Oh, das Monster holst ich ihn. Oh, das war aber... Also ich hätte mir jetzt gewünscht, dass Wien umbringen könnte und nicht, dass er einfach explodiert. Und, äh, ich meine, er ist ja nicht mehr explodiert, das ist einfach gut. Gut so, Daniel. Alexander hat es verdient, zu sterben. Auch wenn der Agrippa jetzt ebenfalls tot ist. Hat mich was jetzt passiert? Und was wäre passiert, hätte mir nichts gemacht. Hast du auch. Das Portal öffnen wäre nicht richtig gewesen. Ich bin nur gespannt, was jetzt mit uns passiert. Weil hinter uns war das Viecher auch her. Oder hat er das als ob wir jetzt angesehen? Dass wir Alexander getötet haben, im Prinzip. Oh, das war also wirklich das Ende. Das Ende ist, dass wir Alexander für uns geopfert haben. Und auch Agrippa, weil Agrippa, von dem hat man ja nichts mehr gehört. Der ist einfach tot. Weinst du, was... Ich denke, es gibt dann verschiedene Enden, oder? Wenn wir Agrippa nicht retten. Wenn wir das Portal öffnen, mit ihm reingehen, ohne ihn reingehen. Oder einfach Alexander an sich töten. Und das Ende, was wir haben, ist, dass Daniel frei ist. Zumindest sah das so aus. Und Agrippa und Alexander dafür bezahlt haben. Ich denke, niemand hat sowieso verdient, von den Leuten hier zu überleben. Bei Agrippa bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich denke aber, er war auch einer von den Bösen, oder? Ich weiß nicht mehr, was über ihn alles erzählt wurde. Aber Daniel ist auf jeden Fall selbst Monster geworden. Und er muss jetzt mit seinen Sünden leben. Auch wenn er eher so klang als Apparat, alle Sünden abgelegt hat, indem er Alexander geopfert hat. Das hat er nicht. Ich hoffe, er wird auch weiter damit leben. Und Alexander hat endlich seinen Preis bezahlt und aufgehört zu leben. Und er wird niemals seine große Liebe treffen. Auch wenn wir nie rausgefunden haben, wer es tatsächlich war. Oder ist. Aber es gibt ja noch mehr Amnesia-Teile. Also vielleicht kommt Alexander ja nochmal wieder. Wer weiß das schon. Jedenfalls sind wir fertig mit dem Spiel. Also möchte ich mich einmal herzlich bedanken fürs Zusehen. Und ich bedanke mich auch... Ich bedanke mir... Ich danke mir selbst auch so, weil ich dieses Spiel ertragen konnte. Denn Horror, absolut nicht mein Fall. Aber es war doch ein sehr interessantes Spiel. Hatte sehr viele interessante Story-Punkte. Vom Gameplay her ging es. Es war doch recht... Ich hätte gedacht, es wäre gruseliger. Das war es am Anfang extrem und an einigen Stellen. Später war es dann ziemlich das Gleiche. Also immer wieder Sachen finden. Und dann war vielleicht mal ein Monster da. Außer das Wasser-Monster. Das hat mir immer noch einen Herzenfakt beschoren. Aber ansonsten war es ein gutes Spiel. Ich kann es empfehlen. Also nochmal, danke fürs Zusehen. Sehr gut. Ich habe einen Sommer! Vielen Dank.